Hallo und herzlich willkommen im Internet zur Spezialausgabe des Neomagazin Royale. Wir kündigen hiermit die Spezialausgabe des Neomagazin Royale an. Heute Abend zum allerersten Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens wird eine echte Eule eine Fernsehtalkshow leiten. Und zwar Euli. Und das ist dein Applaus, Euli. Sag mal, Bürger Lars-Dietrich, wusstest du, dass Eulen die schlauesten Vögel sind? Nee, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nur, dass sie ihre Köpfe so ganz weit hin oder einmal rumdrehen können. Alle Eulen haben studiert an der Eulen-Universität. Eulen sind die schlauesten Vögel. Hey, Euli! Eulen sind die schlauesten Vögel, deswegen darf sie heute Abend die Sendung moderieren. Du bist auch zu Gast, ne? Aha. Äh, Uhu. Ja, ich bin auch zu Gast. Wie es wohl wird heute Abend? Auf jeden Fall sehr speziell. Was hast du denn an Themen vorbereitet, Euli, heute Abend? Es wird improvisiert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Euli P. Ein kleines bisschen mit dem berühmten Rapper Euli P. Liebe Grüße, Euli. Heute Abend gibt es tatsächlich eine Neomagazin Royale-Spezialausgabe. Die erste Sendung in der Geschichte des Neomagazin Royale, die Sie, liebe Zuschauer, zusammen mit Ihren Kindern gucken können. Die Sendung wird ausgestrahlt heute Abend um Viertel nach zehn am späten Abend. Die Kinder dürfen heute alle länger aufbleiben. Entsprechend ist der Hashtag der... Ja, ja, ihr dürft heute alle länger aufbleiben. Das ist aber schön. Ich dachte, ich kann nicht für die Kinder. Jaden wird heute Abend unser Kamerakind sein. Hallo, Jaden. Das ist ein großer Applaus nochmal für Jaden. Ey, Jaden! Hat Fernseherfahrung, mehr Fernseherfahrung als viele Kameraleute vom Neomagazin Royale. Der Jaden hat bei Ninja Warrior mal mitgemacht. Was? Jaden, habe ich das richtig verstanden? Du hast bei Ninja Warrior mal gewonnen? Nein. Nein? Aber mitgemacht. Mitgemacht? Oder was im Publikum? Publikum. Ist doch das Gleiche. Jaden macht heute Abend auf jeden Fall die Kamera. Das heißt, die Bilder werden so schön und so gestochen scharf wie nie. Wir haben ein fantastisches Publikum. Das Tolle ist, das kann ich mir super merken, die haben nur einen einzigen Namen, beziehungsweise zwei. Die Jungs heißen? Die Mädchen heißen? Und die Mädchen heißen? Sandra! Heute Abend also das Neomagazin Royale Spezial. Eine Kinderfolge für Sie und Ihre Kinder. Wir haben tolle Gäste. Bürgerlass Dietrich ist da. Es gibt ein Live-Konzert von Deine Freunde. Euli ist mit dabei, Rally ist mit dabei und wir haben sogar ein Erwachsenenparadies. Schalten Sie ein. Hashtag der Woche lautet Länge aufbleiben. Ihr dürft heute alle so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Sagt aber nicht, dass ihr das von mir habt. Ich habe euch das nicht gesagt. Müsst ihr mit euren Eltern verhandeln. Schaltet ein. Nein, es lohnt sich. Bis später.